Ich bin für die Auslese ausgewählt worden. Dies ist die größte Ehre, die einem jungen Menschen zuteil werden kann. Einige von uns werden die Universität besuchen dürfen und dort lernen, die Welt wieder aufzubauen. Aus dieser Gruppe sucht sich die Regierung ihre zukünftigen Führungskräfte aus. Alles, was geschieht, ist Teil des Tests. Die Prüfer beobachten uns rund um die Uhr. Einige von uns werden den Druck nicht aushalten können. Es gibt nur eine einzige Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Wem kann ich vertrauen? Ich bin für die Auslese aus. Ich bin fürs Zczazyten. Wir get súchter.